Die beiden Star-Investoren Warren Buffett und Michael Burry bereiten sich mit ihren jüngsten Investmententscheidungen auf eine Rezession vor. Das vermuten, das befürchten viele Beobachter. Es lohnt sich also mal nachzufragen bei jemandem, der sein Ort ganz nah an der Wall Street hat, nämlich bei Sandra Navidi. Schönen guten Tag, Sandra. Hallo, Martin. Sandra, Warren Buffett hat für sage und schreibe Aktien im Wert von 8 Milliarden Dollar verkauft und seine Barbestände auf 147 Milliarden Dollar erhöht. Sollten das Anleger auch tun, also nicht diese Summen zu verschieben, sondern aus den Aktien rausgehen und in die Barbestände hineingehen? Warren Buffett plays the long game, wie man in Amerika sagt. Er ist ja ein sehr langfristiger Investor. Er ist bekannt dafür, dass wenn Krisen vorhergesagt sind, und es ist ja eine Abkühlung in der Wirtschaft, in der Pipeline, dass er dann verkauft, um genug Barbestände zu haben, um dann nachzukaufen. Und danach sieht es auch hier aus. Ja, Michael Burry verhält sich da ja ganz anders. Der wettet gegen den S&P 500 und den Nasdaq 100 mit 1,6 Milliarden Dollar. Was sagt man denn über ihn an der Wall Street? Die Überschriften, die hier in der Presse zu lesen sind, sind eigentlich ein bisschen irreführend, weil es hört sich so an, als ob er über eine Milliarde Dollar ins Risiko geht, von seinem eigenen Geld riskiert. Dabei ist das nur die fiktive Bruttosumme, die aussteht. Also er sichert sich diese Verkaufsoption für die Zukunft. Dafür bezahlt er eine Gebühr. Wie hoch diese Gebühr ist, kann man nicht genau sagen, weil Details fehlen dazu. Er muss die Tatsache an sich angeben, in Formularen für die Börsenaufsichtsbehörde. Aber aufgrund der fehlenden Details-Genschätzungen von zwischen einer halben Million bis zu 30 Millionen. Er wettet nicht gegen den Aktienmarkt auf, weil er gleichzeitig Long-Positionen hält. Also wahrscheinlich ist es einfach auf die Tatsache zurückzuführen, dass er den Aktienmarkt für überbewertet hält, insbesondere Tech-Aktien. Und außerdem muss man sagen, dass er einen sehr kleinen Fonds hat, der ist unter 250 Millionen Dollar groß. Das ist für Wall Street-Verhältnisse minimal klein, unter 500 Millionen kriegt man kaum institutionelle Investoren. Es ist halt hier wirklich nur seine Rolle als legendärer Investor, der in der Finanzkrise richtig lag, im großen Stil und dann auch durch Hollywood, durch seine Rolle in einem Hollywood-Film über die Finanzkrise sehr bekannt geworden ist. Ich will nochmal zu sprechen kommen auf Warren Buffett, den Chef von Berkshire Hathaway. Wie ist denn seine Ausrichtung insgesamt zu beurteilen? Ja, Warren Buffett ist ja ein sehr langfristiger Investor. Was man immer beachten muss bei diesen Großinvestoren auch, ist, dass sie oft abgesichert sind. Also wenn man sich nur auf einen Teil fokussiert und sagt, da sind sie short oder sind sie aus Positionen rausgegangen, dann muss man auch immer das Gesamtportfolio im Auge behalten. Und man muss auch sehen, dass auch diese legendären Investoren in der Vergangenheit häufig falsch gelegen haben. Unter anderem auch Warren Buffett, nicht zuletzt in der Corona-Krise, hatte auch einige Milliarden verloren. Auch Michael Burry hat oft falsch gelegen, hat sich dafür auch öffentlich entschuldigt. Josh Soros und weitere. Wo man ein bisschen unterscheiden muss, sind das Investoren wie Soros zum Beispiel, die für sich selbst Geld anlegen. Die sind tendenziell etwas risikofreudiger ausgerichtet, während solche, die für andere Geld verwalten, die müssen schon eher hedgen und dürfen sich nicht so einer großen Gefahr aussetzen. Aber es ist immer gefährlich, wenn man sich an solchen Investoren aufgrund ihrer vergangenen Erfolge orientiert. Und die haben natürlich auch ein ganz anderes Risikoprofil als Privatanleger. Ich hatte ja eingangs gesagt, hinter den Investmententscheidungen von Burry und Buffett vermuten viele Beobachter, dass eine Rezession kommen könnte, beziehungsweise dass sich die beiden darauf vorbereiten. Wie ist denn die Stimmung insgesamt an der Wall Street derzeit? Also was die Prognosen für eine Rezession angeht, all over the place. Also jeder hat da eine verschiedene Ansicht zu. Man muss sagen, so ein bisschen eine merkwürdige Stimmung ist so abstrakt, pessimistisch, so für die Zukunft. Aber gegenwärtig geht es allen noch ganz gut. Bis auf, wie sagt man, gewerbliche Immobilieninvestoren und Großinvestoren, denen geht da ein bisschen die Düse, wenn ich das so locker sagen darf, insbesondere für B- und C-Gebäude. Also da sieht man große Probleme, die noch auf einen zukommen werden. CEO vertrauen lässt nach, Verbraucher vertrauen lässt nach. Es gibt also viele Dinge, die auf eine Wirtschaftsverlangsamung hinweisen. Ich persönlich gehe immer noch zur Zeit jedenfalls von einem Softlanding aus. Ja, wir sehen eine Wachstumsverlangsamung. Die letzten Jobzahlen waren auch wieder robust, auch wenn insgesamt etwas ein Dämpfer die Wirtschaft hat. Die Märkte haben es natürlich gerne, weil wenn die Wirtschaft etwas nachlässt, dann bringt das auch die Chance darauf, dass die Federal Reserve die Zinsen heben wird. Ja, darauf wollte ich jetzt noch zu sprechen kommen, denn da steht ja auch im September wieder eine Zinsentscheidung an. Ist denn so Ihrer Meinung nach derzeit das Umfeld eher so, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wird, oder wird sie sich etwas zurückhalten? Also ich glaube, dass sie sich tendenziell eher zurückhalten wird. Ich glaube, es ist vielleicht noch ein Viertelprozentpunkt in der Pipeline. Sie wird vorsichtig agieren. Also es kann gut sein, dass sie beim nächsten Mal aussetzt und beim übernächsten Mal nochmal nachlegt. Es kann aber auch sein, dass sie jetzt erstmal aussetzt und schaut, wie die weiteren Konsequenzen aussieht. Denn viele Dinge wirtschaftlich, wie zum Beispiel der Immobilienmarkt, wie zum Beispiel die Tatsache, dass viele Amerikaner jetzt wieder ihre Studentenkredite zurückzahlen müssen. Also es gibt viele Gründe, warum die Belastungen steigen für die Amerikaner, was noch nicht sonderlich sichtlich ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Also ich würde eher erstmal davon ausgehen, dass zumindest keine großen und begrenzte Zinserhöhungen, wenn überhaupt, bevorstehen. Über die jüngste Investmententscheidung von Warren Buffett und Michael Burry habe ich gesprochen mit unserer Wall-Street-Expertin Sandra Navidi. Und bevor ich sie ganz verabschiede, Sandra, auf eins muss ich noch hinweisen. Das hier ist die neue Smart Broker Plus App, die jetzt ganz frisch raus ist. Die ist im App Store, die ist im Google Store und es ist wirklich unglaublich, wie übersichtlich sie ist. Ich will nicht sagen, die handelt quasi von alleine, aber es sind nur noch wenige Klicks und sehr, sehr übersichtlich möglich, Trades zu machen, egal ob es jetzt Derivate sind, ob es Fonds, ETFs oder Aktien sind. Es lohnt sich. Schauen Sie sich die mal an im App Store und im Google Store. Das war jetzt mal eine Werbung in eigener Sache, ist schließlich auch Unterprodukt. Darf mal der Haupt sein. Und jetzt vielen Dank, Sandra. Vielen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Glückwunsch, Tornel. Tschüss. Herzlichen Glückwunsch.